Guten Tag, liebe Weltraum-Enthusiasten. Willkommen zu einer Reise, die uns zu den entferntesten Ecken des Universums führt, zu den tiefsten Geheimnissen der Existenz. Heute tauchen wir ein in die ungelösten Rätsel der Raumfahrt, Fragen, die selbst die klügsten Köpfe der Menschheit bis heute herausfordern. Seit dem Beginn der Raumfahrt-Ära haben wir unglaubliche Entdeckungen gemacht. Wir haben den Mond betreten, Roboter auf den Mars geschickt und unsere Instrumente bis zu den Grenzen unseres Sonnensystems und darüber hinaus reisen lassen. Doch mit jedem Schritt, den wir in die unendliche Dunkelheit setzen, multiplizieren sich die Fragen. Was ist dunkle Materie? Wie beeinflusst dunkle Energie das Schicksal unseres Universums? Und vielleicht am faszinierendsten, sind wir allein? Diese Fragen und mehr bleiben offen, während wir weiterhin den Kosmos erforschen. In diesem Video werden wir einige der größten Geheimnisse untersuchen, die die Wissenschaft immer noch zu lösen versucht. Von den mysteriösen schwarzen Löchern, die das Verständnis von Raum und Zeit herausfordern, bis zu den grundlegendsten Fragen nach der Herkunft des Lebens selbst. Also schnallen Sie sich an und bereiten Sie sich vor, denn heute gehen wir auf eine Entdeckungsreise, die Ihren Blick auf das Universum für immer verändern könnte. Lassen Sie uns mit einem der mysteriösesten Aspekte des Universums beginnen, der dunklen Materie. Die Geschichte der dunklen Materie beginnt in den 1930er Jahren, als Astronomen wie Fritz Zwicky bemerkten, dass Galaxien in Clustern sich schneller bewegen, als sie sollten, wenn man nur die sichtbare Materie berücksichtigt. Diese Beobachtungen führten zu der Hypothese, dass es eine Form von Materie geben muss, die wir nicht sehen können, die dunkle Materie. Im Laufe der Jahre haben weitere Beobachtungen, wie der Gravitationslinseneffekt unsere Vermutung bestärkt. Dunkle Materie interagiert nicht mit elektromagnetischer Strahlung, wie Licht- oder Radiowellen, was sie unglaublich schwer zu detektieren macht. Trotzdem ist sie überall, um uns herum und bildet das unsichtbare Gerüst, das Galaxien zusammenhält. Während dunkle Materie das Universum zusammenzieht, gibt es eine gegenläufige Kraft, die es auseinander treibt, die dunkle Energie. Entdeckt durch die überraschende Beobachtung, dass sich die Expansion des Universums beschleunigt, stellt dunkle Energie etwa 68% des gesamten Energiegehalts des Universums dar. Was genau dunkle Energie ist, bleibt eines der größten Rätsel. Einige Theorien schlagen vor, dass es sich um eine Eigenschaft des Raums selbst handelt, eine Art kosmologische Konstante, die mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie übereinstimmt. Andere glauben, dass es sich um ein dynamisches Feld handeln konnte, ähnlich dem Higgs-Feld, das noch entdeckt werden muss. Wissenschaftler auf der ganzen Welt jagen diesen unsichtbaren Phänomen mit Experimenten tief unter der Erde und im weiten Weltraum. Missionen wie das Euclid-Weltraumteleskop der ESA sind geplant, um mehr Licht in das Dunkel zu bringen und uns vielleicht eines Tages die Antwort zu geben, die wir suchen. Die Erforschung von dunkler Materie und dunkler Energie stellt unser Verständnis von Natur und Universum auf die Probe. Wie denken Sie über diese unsichtbaren Kräfte? Haben Sie vielleicht schon Antworten auf einige der größten Rätsel des Universums gefunden? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Als nächstes wenden wir uns einem ebenso rätselhaften Thema zu, den Fermi-Paradoxon. Bleiben Sie dran! Stellen Sie sich vor, Sie blicken in den nächtlichen Himmel, bestaunen die unzähligen Sterne und fragen sich, sind wir allein im Universum? Diese Frage führt uns direkt zum Fermi-Paradoxon, benannt nach dem Physiker Enrico Fermi, der diese scheinbar einfache, doch tiefgründige Frage stellte. Enrico Fermi, bekannt für seinen scharfen Verstand, stellte diese Frage während eines Mittagessens im Jahr 1950. Bei der Diskussion über außerirdische Zivilisationen und die enorme Größe des Universums fragte er plötzlich, wo sind sie? Eine Frage, die uns bis heute beschäftigt. Die Drake-Gleichung, entwickelt vom Astronom Frank Drake, versucht, die Anzahl der kommunikativen Zivilisationen in unserer Galaxie zu schätzen. Obwohl diese Gleichung einige Schätzungen liefert, bleibt das Paradoxon bestehen. Bei Milliarden von Sternen in der Milchstraße allein und der hohen Wahrscheinlichkeit erdähnlicher Planeten sollte das Universum wimmeln von fortgeschrittenen Zivilisationen. Trotz intensiver Suche durch Projekte wie SETI haben wir bisher keine eindeutigen Beweise für außerirdisches Leben gefunden. Dies wirft Fragen über die Herausforderungen für Zivilisationen auf, die sie möglicherweise überwinden müssen. Einige Theorien, wie die des großen Filters, schlagen vor, dass irgendwo zwischen der Entstehung des Lebens und der Fähigkeit, interstellare Signale zu senden, katastrophale Barrieren existieren könnten, die das Aufkommen oder Überleben solcher Zivilisationen verhindern. Vielleicht ist die Entwicklung technologischer Zivilisationen ein seltenes Ereignis. Oder vielleicht zerstören sich solche Zivilisationen selbst, bevor sie die Sterne erreichen können. Das Fermi-Paradoxon bleibt eines der faszinierendsten Rätsel der Astronomie. Wie denken Sie darüber? Könnte es sein, dass wir in einem sehr ruhigen Teil eines sonst sehr lebhaften Universums leben? Teilen Sie Ihre Gedanken und Theorien in den Kommentaren. Als nächstes wenden wir uns einen weiteren, tiefgreifenden Geheimnis zu. Der Suche nach dem Ursprung des Lebens. Bleiben Sie dran! Von den Weiten des Weltraums kehren wir nun zurück zur Erde. Zum vielleicht größten Rätsel unserer eigenen Existenz. Die Frage nach dem Ursprung des Lebens. Wie begann das Leben auf unserem Planeten und könnte es auch anderswo im Universum entstanden sein? Die Frage nach dem Ursprung des Lebens hat Denker und Wissenschaftler seit Jahrhunderten fasziniert. Von den frühen Theorien der spontanen Generation bis hin zu modernen wissenschaftlichen Hypothesen über die RNA-Welt hat sich unser Verständnis ständig weiterentwickelt. Eine der führenden Theorien ist die RNA-Welt-Hypothese, die vorschlägt, dass Ribonukleinsäure oder RNA eine zentrale Rolle in der frühen Biochemie des Lebens gespielt haben könnte. RNA ist fähig, genetische Informationen zu speichern und chemische Reaktionen zu katalysieren, was sie zu einem idealen Kandidaten für den ersten Funken des Lebens macht. Unser Verständnis des Lebens auf der Erde wird weiter durch die Entdeckung von Extremophilen herausgefordert. Organismen, die in den unwirtlichsten Umgebungen unseres Planeten überleben können. Diese Entdeckungen erweitern unsere Vorstellung davon, unter welchen Bedingungen Leben möglich ist und wo wir es im Universum finden könnten. Diese Fragen treibt auch unsere Suche nach Leben außerhalb der Erde an. Missionen wie der Mars Rover und die geplante Europa-Clipper-Mission der NASA suchen aktiv nach Anzeichen von vergangenen oder gegenwärtigem Leben auf anderen Planeten und Monden unseres Sonnensystems. Wissenschaftler arbeiten auch hier auf der Erde fieberhaft daran, die Bedingungen nachzustellen, unter denen Leben entstehen könnte. In speziellen konzipierten Labors simulieren sie die Atmosphären und Ozeane anderer Welten, auf der Suche nach dem Baustein des Lebens. Die Suche nach dem Ursprung des Lebens berührt nicht nur wissenschaftliche, sondern auch tiefgreifende, philosophische Fragen. Was bedeutet es, lebendig zu sein? Und sind wir allein? Oder ist das Universum ein lebendiger, pulsierender Ort, gefüllt mit Leben in vielen Formen? Diese Fragen führen uns weiter zu den Mysterien, die tief im Herzen schwarzer Löcher verborgen liegen. Was können diese kosmischen Riesen uns über die Grenzen von Raum und Zeit verraten? Das erfahren Sie im nächsten Video. Vergessen Sie nicht zu abonnieren. inspectorPA Good. gre